Liebe Ingolstädterinnen und liebe Ingolstädter, unsere Stadt wächst nach wie vor sehr stark. Wir hatten bereits im ersten Quartal des Jahres 2019 wieder 500 neue Einwohner in Ingolstadt mehr. Aber nicht nur, dass wir mehr Einwohner haben, sondern wir haben auch nach wie vor eine sehr hohe Geburtenquote in Ingolstadt. 2012 haben Ingolstädter Familien etwa 1200 Kinder pro Jahr geboren. Wir haben jetzt allerdings im Jahr 2018, 2019 eine Geburtenanzahl von über 1750, also 500 Kinder pro Jahrgang mehr. Und das schlägt sich natürlich auch nieder in den Baumaßnahmen der Stadt Ingolstadt für Kitas, Mittagsbetreuungen, Grundschulen und weiterführende Schulen. Ich stehe hier auf der Baustelle für die Gotthold Ephraim Lessing Grundschule und wir wollen deswegen hier auch eine Schule errichten, weil wir natürlich für unsere Kinder auch zusätzliche neue Grundschulen brauchen. Ich bin sehr dankbar, dass dieses Bauprojekt jetzt auch in die Wege geleitet wird und der Stadtrat dieses Projekt so gut mit begleitet, denn wir brauchen natürlich eine bestmögliche Bildungsinfrastruktur für unsere Kinder. Das gilt nicht nur für die Kitas, wo wir im Jahr etwa fünf bis sieben Kitas bauen, sondern es gilt auch für die Grundschulen, die Mittagsbetreuungen, die Horte, die weiterführenden Schulen und beispielsweise Turnhallen, die an den Schulen errichtet werden müssen. Die Bauverwaltung ist unter Volllast. Wir bauen beispielsweise im Süden das Schulzentrum Südost. Wir bauen die Emeböck-Schule in Zuchering. Wir bauen darüber hinaus aber auch im Norden in Oberhaunstadt, dort wo der Stadtrat erst vor vier Wochen den Beschluss gefasst hat, das neue Schulzentrum in Oberhaunstadt. Wir bauen in Gerolfing Mittagsbetreuung und haben in der Münchner Straße nicht nur eine Schule, sondern auch eine Ballspielhalle in der Umsetzung. Sie sehen also, es gibt viele Themen, die angegriffen werden müssen, bis hin, dass auch die weiterführenden Schulen wie die Voss-Boss auf der Schanz errichtet werden müssen. Hier am Bauplatz der Gotthold Ephraim Lessing Schule ist es heute zum Spatenstich gekommen und ich bin allen Planern, den freien Berufen, den Bauunternehmen, aber auch der Stadtverwaltung sehr dankbar. Während in anderen Städten eine Kita-Krise ausgerufen wird oder zu wenig Schulraum für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung steht, haben wir es bis heute geschafft, dass wir auch immer adäquat, zeitlich adäquat fertig geworden sind. Die Planungen laufen in die Richtung, dass die Grundschule Gotthold Ephraim Lessing etwa im Sommer 2021 fertig wird. Die Außenanlagen brauchen dann noch etwas länger, also eine Bauzeit von etwa zwei Jahren und dann werden wir natürlich auch bis dahin weitere Schulen eingeweiht haben, denn unsere Stadt wächst, die Kinderzahlen wachsen und deswegen brauchen wir Kitas, Schulen, Mittelschulen genauso wie Horte, Mittagsbetreuung, Ballspielhallen und so weiter und so fort. Herzlichen Dank!